Lieber Zuhörer, es ist kein Zufall, dass Sie dieses Video heute gefunden haben. Ihre Schutzengel haben Sie zu diesem perfekten Moment für eine kraftvolle Offenbarung geführt, die dazu bestimmt ist, Ihre Seele zu erleuchten. Warum heute, fragen Sie sich vielleicht? Glauben Sie mir, das Universum hat sich so präzise ausgerichtet, dass Sie sich an einem entscheidenden Punkt Ihrer Lebensreise befinden. Diese Botschaft Ihrer Schutzengel ist nicht nur eine Botschaft, sie ist eine tiefe Verbindung, eine Resonanz mit Ihrem Geist, fast so, als hätten sich die Sterne am Himmel verschworen, um sie jetzt hierher zu bringen. Die Person, die Ihre Gedanken beschäftigt, ist nicht die Person, die sie zu sein scheint. Es ist nicht nur ein romantisches Interesse. Die Engel offenbaren, dass das besondere Interesse dieser Person möglicherweise falsch interpretiert wird. Achten Sie sorgfältig auf Ihre Worte und Taten. Manche interpretieren dies vielleicht als romantisches Interesse, aber lassen Sie mich klarstellen, das ist nicht der Fall. Diese Person sieht Sie als Muse, als Katalysator für Ihre eigene Inspiration und Motivation. Sie bewundern Sie nicht für das, was Sie sein wollen, sondern für das, was Sie von Natur aus sind. Sie denken oft an dich, aber nicht aus romantischem Verlangen, sondern aus Bewunderung. Obwohl diese Person kein neues Gesicht in Ihrem Leben ist, ist sie auch nicht jemand, mit dem Sie schon lange zusammen sind. Wenn Sie über diese Beziehung nachdenken, fragen Sie sich vielleicht, ob es wirklich möglich ist, in so kurzer Zeit eine so starke Verbindung zu spüren. Denken Sie an diese Person, visualisieren Sie sie klar, erkennen Sie, ob sie sich zu Ihnen hingezogen fühlt, und beobachten Sie dies nicht auf unheimliche Weise, sondern mit echter Ehrfurcht und Verwunderung, als würden Sie jemandem dabei zusehen, wie er scheinbar unmögliche Leistungen vollbringt. Sie sprechen Sie wegen Ihrer Leidenschaft, Ausdauer und Belastbarkeit an, Eigenschaften, die Sie nicht nur respektieren, sondern auch verkörpern möchten. Für Sie sind Sie nicht nur eine Person, du bist die Inspiration, die in Ihrem Leben gefehlt hat. Sie hatten keine Mentoren, die Ihnen beibrachten, wie man sich große Ziele setzt oder wie man danach strebt, die beste Version seiner selbst zu sein, bis Sie sie trafen. Indem Sie einfach so sind, wie Sie sind, sind Sie zu einem Leuchtturm für diese Person geworden. Ihre Handlungen und Ihr Charakter spiegeln ein Licht wider, das nicht nur Ihre eigene Reise leitet, sondern auch den Weg für andere erleuchtet. Das ist der wahre Grund, warum Sie von Ihrer Anwesenheit so fasziniert sind, nicht aus Verlangen, sondern aus dem Wunsch heraus, die Brillanz Ihres widerstandsfähigen Geistes nachzuahmen. Leuchten Sie weiterhin, inspirieren Sie und gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Ihr Einfluss geht über das hinaus, was Sie sehen können, und berührt Leben auf eine Weise, die Ihnen vielleicht nicht völlig bewusst ist. Ihre Schutzängel sind immer bei Ihnen, unterstützen Sie bei jedem Schritt und erhellen jeden Weg, den Sie gehen. Glauben Sie mir, lieber Zuhörer, der Moment, in dem Sie sich trafen, war kein einfacher Zufall, es war der Beginn einer bedeutenden Veränderung im Leben dieser besonderen Person, deren Anwesenheit nach einer langen Nacht der Suche und Unsicherheit einen Funken Hoffnung und Inspiration brachte. Stellen Sie sich vor, welche Wirkung ein einfaches Lächeln von Ihnen haben kann, um den Weg für jemanden zu ebnen, der im Dunkeln tappt. Von diesem ersten Treffen an wurden Sie zu einem strahlenden Licht im Leben dieser Person. Mit jedem Wort, jeder Geste, jeder Entschlossenheit und jeder überwundenen Barriere hast du eine grundlegende Veränderung in ihr herbeigeführt. Sie begannen, ihn als Vorbild für Widerstandskraft und Mut zu sehen, eine Quelle der Motivation, die sie nie für möglich gehalten hätten. Die Gespräche, die sie führten, die Ideen, die sie zum Ausdruck brachten, sogar die feineren Details ihres täglichen Handelns klingen mit überraschender Tiefe nach. Ihr Einfluss war so tiefgreifend und transformierend, dass sie vielleicht gar nicht erkennen, welche Macht ihr tägliches Handeln auf andere hat. Ihre Schutzengel waren der Meinung, dass dies der richtige Zeitpunkt sei, um die außergewöhnliche Rolle zu offenbaren, die sie im Leben dieser Person spielen. Sein Einfluss ist nicht nur zufällig, es ist kraftvoll und lebenswichtig. Es ist wie ein Leuchtfeuer, dass diese Person durch die Höhlen ihrer eigenen Kämpfe führt und ihr einen Weg der persönlichen Verbesserung zeigt, den sie nie für möglich gehalten hätte. Sie sind sich vielleicht nicht der Bedeutung ihrer Anwesenheit bewusst, aber Tatsache ist, dass ihre Qualitäten von dieser Person nicht nur beobachtet, sondern absorbiert wurden. Sie nahmen ihre positiven Eigenschaften an, integrierten sie in ihr eigenes Leben und nutzten sie als Sprungbrett, um ihre Ziele zu erreichen. Als sie an dich dachten, fanden sie die Energie, ihr eigenes Leben zu gestalten. Ihre Schutzengel möchten, dass sie erkennen, dass sie nicht nur ihr Leben leben, du veränderst Leben. Es ist selten, vom Himmel eine so direkte Bestätigung darüber zu erhalten, welchen Einfluss wir auf den Weg eines anderen haben, aber sie, lieber Zuhörer, haben diese Offenbarung wirklich verdient. Ihr Leben, ihre Handlungen, ihr Wesen sind auf einen größeren Zweck ausgerichtet, eine göttliche Orchestrierung, die nicht nur ihr Schicksal, sondern auch das Schicksal anderer prägt. Wenn sie also ihre Reise fortsetzen, denken sie daran, dass sie eine Kraft für Veränderung sind, eine lebendige Inspiration für diejenigen, die das Glück haben, ihren Weg zu kreuzen. Feiern sie diesen Segen, diese Fähigkeit, ein Licht für andere zu sein, und denken sie daran, dass sie wirklich ein wesentlicher Teil eines größeren Plans sind, der von den Sternen orchestriert und von den Engeln gesegnet wird. Lieber Zuhörer, gerade jetzt wird zu ihren Ehren eine himmlische Symphonie gespielt, weil ihre Schutzengel eine göttliche Begegnung mit dieser Botschaft arrangiert haben. Ja, wenn sie das Gefühl haben, dass diese Worte ihr Leben verändern können, lade ich sie ein, sich uns auf diesem Kanal auf einer Reise der Erleuchtung und Entdeckung anzuschließen. Heute haben sich die Sterne ausgerichtet, um einen wichtigen Scheideweg in ihrer Existenz zu erhellen. Dies ist nicht nur eine Nachricht, es ist eine himmlische Offenbarung, die speziell für ihre Seele geschaffen wurde. Die Engel haben dich beobachtet, nicht zufällig, sondern mit einem wachsamen und liebevollen Blick. Sie sehen, wie sie, vielleicht ohne es zu merken, das latente Potenzial in anderen wecken. Es ist eine bemerkenswerte Fähigkeit und ihre Schutzengel sind mehr als nur Beobachter, sie applaudieren dir. Sie haben alltägliche Interaktionen in Momente tiefgreifender Veränderung und Wachstum verwandelt. Dies ist ihr Geschenk, ihr einzigartiges Zeichen auf der Welt, das das Universum Seele für Seele bereichert.